Hallo lieber Wieso mein Büro Nutzer, mein Name ist Stefan Knuth von der Bulldata Service GmbH und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial Video zu Wieso mein Büro. In einem unserer letzten Newsletter haben wir Sie gefragt, welches Video zu Wieso mein Büro Sie gerne sehen würden und Ihnen einige Themen zur Auswahl gestellt. Gewonnen hat das Thema Eingangsrechnung verbuchen, mithilfe des Banking Plus Moduls und ohne. Das wollen wir uns dieses Mal anschauen. Schauen wir uns zuerst an, wie Sie eine Eingangsrechnung ohne das Zusatzmodul Banking Plus in Wieso mein Büro verbuchen. Eine Eingangsrechnung ist nichts anderes als eine Ausgabe, weswegen wir hierzu unter Finanzen in Zahlung Bankkasse wechseln. Gehen wir einmal davon aus, Sie möchten eine Rechnung von Ihrer Kfz-Werkstatt verbuchen, da Ihr Firmenwagen in der Reparatur war. Sie haben diese Rechnung von Ihrem Bankkonto bezahlt. Wir befinden uns hier nun in unserem Bankkonto und um diese Eingangsrechnung nun zu verbuchen, klicken wir auf Neuausgabe. Hier geben wir nun die erforderlichen Daten ein. Der Empfänger ist zum Beispiel Autoschneider gewesen. Die optionale Belegnummer können wir selber vergeben, die Nummer 1 an dieser Stelle. Als Verwendungszweck geben wir ein Bezahlung, Eingangsrechnung 1, 2, Strich 3, 4, 5 und natürlich noch wichtig den Betrag, sagen wir einfach einmal 500 Euro. So, nun möchten wir noch das entsprechende Sachkonto auswählen. Nehmen wir an dieser Stelle einfach mal das Konto 4.500, Steuerschlüssel 19% passt und bestätigen das Ganze mit OK. Damit hätten wir die Eingangsrechnung über 500 Euro verbucht und den Buchungssatz damit erfolgreich erzeugt. Wir haben das hier in einem Offline-Konto gemacht. Das gleiche geht natürlich auch, wenn man ein Online-Konto in mein Büro angelegt hat, also ein Konto, was mit der Bank verknüpft ist. Dort kann man sich natürlich dann Eingaben sparen, wie zum Beispiel der Betrag, da das schon vom Online-Banking übergeben wird. Aber der allgemeine Ablauf ist hier der gleiche. Was Ihnen vielleicht aufgefallen ist, dass ich ohne das Banking-Plus-Modul die Rechnung erst dann erfassen oder verbuchen kann, wenn ich sie tatsächlich bezahlt habe. Wie das Ganze funktioniert, wenn Sie das Banking-Plus-Modul freigeschaltet haben, das schauen wir uns jetzt einmal an. Um eine Eingangsrechnung mithilfe der Eingangsrechnungsfunktion aus dem Banking-Plus-Modul zu verbuchen, gehen Sie wie folgt vor. Zuerst wechseln Sie unter dem Punkt Finanzen in den Menüpunkt Eingangsrechnung. Hier lassen Sie sich mit einem Rechtsklick oder mit einem Klick auf Neu neue Eingangsrechnung anlegen. Das Ganze können wir schon einen Schritt vorher machen, als wenn wir ohne das Modul arbeiten. Das heißt, bevor Sie die Eingangsrechnung überhaupt verbuchen, bevor diese überhaupt bezahlt ist, lässt sich die Eingangsrechnung erst einmal erfassen. Hier kann ich meinen Lieferanten eingeben. In diesem Fall habe ich vorher schon die Kfz-Wirkstatt Autoschneider unter Lieferanten angelegt, könnte natürlich aber auch in diesem Feld meinen Lieferanten neu anlegen. Und nun fülle ich hier die erforderlichen Eingaben aus. So gebe ich zum Beispiel die Rechnungsnummer der Eingangsrechnung an, kann das Rechnungsdatum angeben. Ganz wichtig natürlich den Rechnungsbetrag. Weitere Dinge wie das Fälligkeitsdatum, ob es Konto möglich ist, das Eingangsdatum der Rechnungsnummer, den Sachbearbeiter, falls ich mehrere Mitarbeiter in Visum mein Büro angelegt habe und so weiter und so fort. Und natürlich, ganz wichtig, schon die Kategorie, unter der ich diese Eingangsrechnung später verbuchen möchte. Geben wir hier nun einfach das gleiche Konto wie eben an. Der Steuerschlüssel ist ausgewählt und bestätigen das Ganze mit einem Klick auf OK. Was Sie nun gemacht haben, ist die Eingangsrechnung erfasst, bevor sie natürlich verbucht wird. Das heißt, wir haben mit dem Banking-Plus-Modul bzw. mit der Eingangsrechnungsfunktion aus dem Banking-Plus-Modul eine Überwachung Ihrer Eingangsrechnung. Ist die Eingangsrechnung schon fällig, ist eventuell Skonto möglich, verschiedene Informationen, die Sie nutzen können, um einen besseren Überblick über Ihre Fälligkeiten zu erhalten. Wenn Sie diese Eingangsrechnung nun verbuchen wollen, geht das ganz einfach. Sie machen einen Rechtsklick auf die Eingangsrechnung und klicken hier auf Eingangsrechnung vollständig bezahlt setzen. Soll der markierte Vorgang wirklich auf vollständig bezahlt gesetzt werden? Dies bestätigen wir mit Ja, geben noch an, wo die Zahlung ausgegangen ist, in diesem Fall unsere Bankverbindung und bestätigen das Ganze mit einem Klick auf OK. Nun sehen wir, dass sich der Status der Eingangsrechnung auf schwarz, was bezahlt heißt, geändert hat. Wechseln nun wieder zurück unter Zahlung, Bank, Kasse und sehen hier nun unsere eben auf bezahlt gesetzte Eingangsrechnung. Sehen hier dann auch die entsprechende Eingangsrechnung, die direkt von MeinBüro dementsprechend zugeordnet wurde. Der große Vorteil des Banking Plus Moduls bzw. der Eingangsrechnungsfunktion daraus ist also, dass Sie eine Überwachung Ihrer fälligen Eingangsrechnung haben und natürlich sich eine Historie aufbauen können, was Sie bei welchem Lieferanten bezahlt haben. Möchten Sie das Banking Plus Modul einmal selbst ausprobieren, so können Sie das in Ihrem Wieso MeinBüro unter dem Menüpunkt Hilfe Modulübersicht machen. Hier sehen Sie die entsprechenden Zusatzmodule und auch das Banking Plus Modul. Haben Sie es sich noch nicht zum Test freigeschaltet, können Sie das mit einem Klick über diesen Knopf machen. Alternativ lässt sich das Modul natürlich auch zum Kauf freischalten und Sie können die entsprechenden Funktionen automatisch in Ihrem Wieso MeinBüro nutzen. Haben Sie noch weitere Fragen zu dem Banking Plus Modul, den Funktionen daraus oder generell zu Wieso MeinBüro, steht Ihnen das Team der Buhl Data Service GmbH gerne zur Verfügung. Und nun viel Spaß beim Ausprobieren und weiterhin viel Erfolg mit Wieso MeinBüro.